Wie ist los? Ja. Los jetzt. Habt ihr überhaupt einen Würfel? Alle einen Würfel? Nein, ich stehe leider. Wir sind noch auf dem Amtsplatz. Du musst erst mal einen Becker stellen. Ja, warte. Amtsplatz. Ja, ja. Boah. Sechs. 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 Seher, da kannst du dir bewusst jetzt von irgendjemandem. Du musst eine Geschenkung tauschen. Du kannst jetzt eine Geschenkung tauschen. Und jemand eins nehmen und eins nehmen. Das musst du in der Hand halten. Ja, das ist ja schon gut. Ja, nicht so lange. Wie haben die viel Zeit? Du musst tauschen mit dir. Boah, schön. Aber nicht so weit. Dann kriegst du mal. Genau, danke. Ja, hier ist auch ein Würfel. Ja, Würfel. Hier ist schon mal Würfel. Ey. Eine Zweie. Das kann ich schnell. Schnell, wir haben keine Zeitung. Nee. Ja, geht scheiße mal. Ich dachte schon, hier wollen wir auf 30 Minuten stellen. Boah, dann hab ich nie gehört. Ich tausche. Ich tausche. Ich tausche. Na hier, das ist so klein. Ich nehm mich so größer. Okay. Ja, hier kann man schlecht ahnen, was wir drin sind. Ey, nicht drücken. Ohhhh. Ich nehm mich ja dem sein zu der Weg. Was für das? Nicht drücken. Nein, schon hier mal. Ich mach schon die Leute. Ey, bei Zalando. Hier ist das Sechers. Nein. Ey, die Fünfer. Wir haben die Zeitung. Komm, schau, 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 schau. Du bist da. Ja, genau. Wir können ja nicht unser eigenes verhalten. Das wäre doch nicht. Okay. Dann zählen wir dir bis zu 200 Euro pro Tag. Dann nehmt ihr meine Tüte, misst ihr weg. Könnt ihr gar nicht. Ja. Sechs. Jo, das macht mir. Ha! Oh, da zwei hat die. Oh, da zwei hat die. Die große Fresse ist nicht geschenkt haben wollen. Das sind wir drin. Oh, da ist ein Wurbeltoni. Ja. Ja. Das ist eh bloß. Ja. Also, Andre, das bitte nicht hin. Oh, nein. Oh, nein. Drei. Das hast du dabei. Ich hab mal ins Nose. Die nehmen keinen Zweifel. Das ist doch schnell. Ey. 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 Ey Cock print. Ey. Ey. Hey. Ey. Ey. Das sind wie die drei Typen von der Tagestelle hier, die überhaupt nicht lächeln. Was geht da? Das sind die Chiffey-Cheese oder was ist die Chiffey-Cheese? Was haben wir eine oder was? Jonja ist noch eine Sperrmüllung. Was ist denn eine Leiche? Wo ist die Chiffey? No, wir sind so weit die Chiffey-Cheese oder Mocha? Was wird das denn machen? So, das ist die Chiffey-Cheese. Na, die Afrikate? Ja, wir sind nicht die Chiffey-Cheese. Du musst das hier wegnehmen! Ja, du musst das hier wegnehmen! Ja, du musst das hier wegnehmen! Hey! Hey! Wir haben Schieselsteine dran, oder was? Das ist der Scheiße, er hat noch nicht immer einen Scheiß. Da darf die Einzige, das will doch nicht. Oh! Ach, du musst das hier nicht machen, oder was? Ich muss das hier mal machen! Das ist das hier. Ah, ich würde es wohl... Ich stehe jetzt hier unten! Hey, lass mal! Ihre Finger da vorne sind! Bitte, lass mal. Komm, bitte! Und unten, stehe unten dran! Halt mal ein bisschen weiter, wenn du nicht man sieht, dass es ein Männerfinger ist. Wie ist das so, sagt es mal noch? Ich muss es langsam... Oh, jetzt sieht das gut. Da, natürlich. Bist du die Finger weg von der Kamera? Das ist ein Klassiker. Geht doch. Ah, jetzt! Hey! Den Jörg und Jörg fährt, wo uns regnet. Geh, Spiel mitgebracht. Geh, Limo mitgebracht. Du bist dran! Mensch, mach das! Ich bin heute auch nach der Arbeit gekommen. Jetzt hätt ich die beiden Finger geblieben. Ich bin vorhin auch von der Arbeit gekommen. Fertig krabbeln. Wo ist das denn? Ach, was ist das denn? Was ist das denn? Das findet ihr euch ab. Bau ab, ich wüsste nicht. Ich weiß, was drin ist. Das ist scheiße, wenn man das schon will. Hey, es können nur noch 5 Minuten sein! Ja, das soll eigentlich nicht werden, ne? Ah! Vorsicht, Glas! Und wir machen den Regen. Du darfst mit 10.000 Gramm das eigentlich... Schau mal, trissen! Langsam! Vorsicht, das. Nee, das geht klasse. Aber trotzdem, Vorsicht, Julian! Wir haben ja auch nicht richtig gewürfelt. Arsch! Ja, genau! So machen wir es! Oh! Das sind ja vervetternden! Das ist ja Familie wahrscheinlich! Die könnten sich aber für nächste andere Spiele einfallen lassen, ha? Haltet eure Geschenke auf! Die muss ja nicht frei werden! Mann, ey! Jetzt hast du nur einen Kaffee! Nein, nee! Du hast einen Kaffee! Ich hab noch gesagt, dass man hier sehen kann! Ja, schon! Drei, eins, zwei, drei! Jetzt ist es! Kann sechs! Wir dran! Dier! Fünf! Wenn du jetzt was anstrengst! Oh! Ey! Ich will das nicht schwenken! Das ist ein Band! Das war's! Wir wissen doch, dass wir... Ja! So! Und... Das ist ja mein... Ja, ich komm. Das bin ich, ich bin ja mal. Ich bin ein eigenes. Das ist ein ja. Das ist dein, das macht er nicht. Dieses Mal ist doch kein Bild. Wenn du noch irgendetwas dein eigenes hat, dann behalb ich das. Ich muss das nicht lösen. Ich muss das nicht lösen. Ich muss das nicht lösen. Ich hab mal das Gold her. Die letzten drei Minuten. Na los. Schnell, schnell. Machen wir jetzt eine Runde mit zwei Wochen. Dann können wir machen. Ach, sofort zwei Wochen mit Toni. Komm, wir haben noch eine Minute. Eben mal. Eben mal sechs. Eben mal sechs, wo ist dabei? Wir, wir. Wir haben noch eine. Das steht schon am Schiff. Ah, das ist das große. Wir haben noch eine Bösch. Wir haben noch eine Bösch. Wir haben noch eins tatsächlich. Ich hab's gut. Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Oh, Scheiße, nein. Wir sind dabei in der Stau. Was willst du? Du hast nur eine Weg. Du hast nur eine Weg. Du hast nur eine Weg. Ich hab's gut gemacht. Jetzt hat er sein eigenes. Das ist scheiße. 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 Schluss jetzt. Was ist das jetzt vorbei zu warten? Es hat nicht geklingelt. Es hat nicht geklingelt. Warte, warte mal. Es geht weiter. Nein. Es hat gerade geklingelt. Nein. Folgende Regel. Es zückt noch. Schluss jetzt. Es geht nicht. Wir sind ein Verlängerung. Wer seins behält seins, wer sagt, ich mache weiter, du stellst mir die Zeit zwischen 1 und 3 Minuten ein, wenn wir richtig aufdrehen. Hier, der hat 2,6 und der entscheidet, das Spiegel zu geben aufs Schloss. Wer passt erst aus? Hier, vor mir geht's. Langsam, langsam, langsam. So, jetzt packst du das aus. Ja, steht doch extra oben. Dann guckst du das Papier an. Das ist das, was du nicht aufschubst. Das soll schon mal sein, was. Ja, das ist nicht hier. Ja, ich dachte, das wird schon. Das ist aber leider bei der Vorschriften. Du, sie brauchen 10, die habe ich jetzt ein bisschen gebraucht. Eike, machst du einfach noch mal. Ja, ich weiß nicht. Eike, ja. Oh, der, ey. Oh, der ist ja ein Plattier. Macht mal jemand Fotos frischendurch? Das ist das große Jux, was da drin ist. Ach so, das andere ist unten. Ich kann es nur noch Fotos machen. Eike, das ist ein Bettler, Fotos. Ich kann die alles gleichzeitlich machen, ja. Ja, gib mir das Ding her. Ich knipse was durch. Oh, mit zwei. Mit zwei, mit zwei Vier. Kommt die hier raus? Nee, das ist eine Flüge, die musst du ankleben. Das ist außerhalb hier. Aber nicht bei mir. Hier, das kommt dann hier dran. Da musst du Klebstoff nehmen. Du hast es. Ach, hier müssen wir jetzt auch mal mit. Ja, mal rumdrehen, ja. Ja, ich weiß, was du hast. So, die zeigst du mal in den Küchen. Ja. Oh, was ist englisch? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Ja, Mietengast. Es ist nur schon. Ja, jahle. Na ja. Ach, ja. Ein Messer? Wo ist das? Ein Messerkönig? Ah, in der Sekunde? Ja, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn ja. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Wir wüssten. Wo filmst du Tante? Hier, guck. Ja, die war mein großes Gefühl. Ja. Oh, mein Freund. Nur der schlägt drinnen. So, André. Ja, das ist doch kein Müll. Ja, komm her. Das ist ordentlich. Einmal hier zum Pulver. Das ist, wenn du am Tor hängst, kannst du Wörterformen geworfen. Aber ich weiß nicht. Ich muss ja immer bei Minecraft für einen Doppel arbeiten. Und zeigen. Das ist doch ähnlich. Das war das Auto wahrscheinlich. Ach, hier packst du mir alles schön ein mit Geschichten dazu. Das war ich nicht. Tja, wo ist der Kondom hier? Und wenn? Guck, ist schön. Ah, das ist immer preiz. Ich mach doch nicht. Ich wollte es jetzt weghauen. Es ist eine Heiratung. So viele seit nächstes Jahr. Ach, das ganz schnell verschenken als Hauptzeit. Geil, hier sind Nüsse drinne. Boah! Guck da hier. Ey, die ganze Zeit Sponnen auf der Tisch hier. Wir haben eine Träger. Die ganzen Sponnen. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Oh, das stimmt. Ich mach mich gleich mal auf einen Schluck. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das ist ja nicht. Ach so, das hab ich übrigens noch nicht im Waschenverstück. Das hab ich heute schon abgefunden. Das geht wie Bravo. Mit Anschlusskabel. Was ist das? Das weiß ich wirklich. Damit kannst du Premiere schwarz gucken. Oh, die Kamera war schon. Hier, für dich. Und hier kannst du Pflanze reinpflanzen. Hier kommt es direkt rein. Hier kannst du Kackdeen reinmachen. Nein, kein Kreis. Das ist meine Mutter hier. Die haben wir ja mal geklaut heute. Das wissen Sie. Papa, hol dich hoch. Nee. Eigentlich musst du hochholen. Hier, wenn ich jetzt die erste Kackdeenmaschine drinne. Die alte Waschmaschine. Ich hab' keine Kackdeenmaschine drin. Entschuldigung. Ich hab' keine Linger. Leid! Was denn? Na, ey. Jetzt mal drauf. Papier. Das Einpackpapier hat noch noch viele Maschine. Ist doch ein altes Handy drin oder was? Das ist keine Kiste. Ich brauche die Verpackung nicht mehr. Was ist denn das denn? Da musst du gucken. Wart's mal? Alles in meiner Rolle? Loni, die haben das ja noch mal raus. Hol mal alles raus. Stell mal hin, was geht denn? Ja. Wo ist denn dein, das hat das schon raus gemacht? Nee. Jetzt kommen wir den Bruchflaschen weg. Majoran. Majoran. Da ist ja auch ein Alm. Aber die sind gut. Aber die halten schon das bei. Das sind aber vom Altendach geflogen. Kein Schwäden weg. Vergehen wir es nicht. Jetzt kommt der Verschiedsmehrer. Noch mehr? Das gehört noch was dazu. Kommt da noch was? Das habt ihr uns verhornen, echt? Das habt ihr uns auch sein. Oh, hier, das von der Kohl's gehe ich auch. Guck mal, mit der Kohl's geht der. Ich bin keine Absicht. Schön, das ist alles klamm. Langsamer, wir müssen das noch nicht drin. Das ist doch alles feucht. Ich mache den Restpakete. Ist die von Erdung gestern? Ja. Ja, oder mein Dönig? Ey, was soll ich hier? Jetzt mal so. Jetzt mal so. Oh! Und was ist das? Das ist der Atari. Jetzt, jetzt, jetzt willst du nicht. Nee, nicht schlecht. Jetzt noch mehr zu spielen für den alten. Oh! Oh! Hey Leute, jetzt, jetzt mehr. Tony, Tony. Ist das komplett so, dass du nicht her? Ganz bei Epe verkaufen. Da, das ist alles. Was ist das? Was ist das? Bis ich die Augen hatte, dann werden die Dinger. Oh! Das ist was. Hallo, Tjus. 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 Jetzt ehrt euch doch nicht. Habt ihr hört? Die Atari-Kontrolle 200 Euro wert bei Epe. Das ist mir jeder gesagt. Das war aber alles. Die verkaufen wir, das ist ein Notstromer wert. Warte, ärgern Sie dich jetzt? Von mir war es ein Forster. Kannst du dich erinnern? Nein. Ich muss mal schauen, wohin. Also, Babs, hier. Detlef kommt heute Abend nicht ins Bett. So, ruhig, aber irgendwas, das mein Kind tut. Siehste mal, ich hätte sowas. Ich wollte das erst noch ein Sperrmüll rausstellen, das tun das die Russen dann. Wo? Die Atari wollte nicht vorstellen, die hat doch so einen Tony gewonnen. Ach so? Ja. Detlef, die drüber reinsetzen bei Epe. Da kannst du nicht. Ich habe doch 100 Euro. Lass mich aber süchtig werden. Nicht, dass du da mal das Geld nicht mehr kommst. Na ja, wenn ich hier einmal hier spiele. Oh, ein Computer. Schiffe versenken. Rechnen? Schiffe versenken. Echt? Ja, ich spreche. Für ihn. Ja, dreimal rum. 3, 2, 1. 3. Was ist denn da? Schiffe versenken. Ist das da eine Schäle? Ja. Schäle? Ja. Schäle? Schäle? Ja. 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 Ja, ich denke, es ist richtig, oder? Aber was ist das? Ja. Ich mache viel Licht an, vorher. Hey, ich mache viel Licht an. Was ist denn da? Was ist denn da? Ja. Also, was? Wie viele? Ja, wir haben ja wie viele Pompons-Würste an. Ich nehme zwei Bocke. Ich nehme zwei Bocke. 2 1 6 2 3 6 2 3 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 15 Und zumal der Arsch! Haha! Oh! Ich bin nur im Moment, ich finde es noch nicht. Ich bin auch 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 nicht. Ja, ja, jetzt bitte. Ich bin auch nicht. Hey, wo ist das Fälschlitz? Badi! Hey! Badi, Fälschlitz kommt jetzt. Ja, wie geht's? Pussel, ich püsse jetzt, ja. Also, Pussel ist falsch. Bist du? Guten Abend, hallo. Ich bin der Traker von Neivis. Armeikzi Jörg. Wie alt bitte? Alter hab ich vergessen. Interessiert ja auch nicht, Alter. Also fahren wir jetzt Trecker oder Trak? In Trak. 41 Stunden. Bis 23 Meter Gesamtlänge. Liegt der Papa? Nö. Gut, weiter. Verheiratet? Kinder? Seid froh, ich wär Oma. Okay, dankeschön. Dankeschön. Achtung noch, oder? War es irgendwas heutzutage? Nee, auf die SD-Karte passt nur 5 Minuten drauf, steht da. Die steckst du schon Kaffeetisch trinken? Dich noch. Moin Frühjahr. Nee, da kommt sie mir hinter. Moin, Heiko. Frieden, wie ich's geregelt hab? Mit was? Ja, hier mit den Sitzen. Suse Maus. Kommt durch. Wir können noch mehrere Pfote sitzen. Nö. Wir machen nun weg, Mensch. Ich fühl mich gefilmt. Ähm. Ähm. Bisschen, ich kippe Frau. Wollen wir die... Ja, es gibt ja eigentlich auch noch so belegte Brötchen. Wollen wir die erst später machen? Wenn wir die mit Brötchen hinlegen. Mitten drinnen? Mitten drinnen? Ja, wir müssen ja mal die Brötchen hinlegen. Nein, wir müssen ja mal die Brötchen essen und dann erst mal vielleicht die Brötchen. Und dann fuffen wir auf das. Ich bin ja vom Brötchen. Maik, der Montagekritzer. Maik, wo bist du jetzt zur Zeit auf Montage? Montage? Das kannst du dir selber belösen. Ah. Dann sag irgendjene, wo du warst. Was? Ich war auf der Baustelle von Ulmscheid. Bei Luxemburg. Okay. Wie lange warst du da? Knapp zwei Monate. Aha. Du bleibst hier, Bfunga? Ich bleib in der Bfunga. Da. Mit Leppnücken. Mit Leppnücken. Seit wohl, dass es weg war. Wir haben dich schon vorgestellt. Hunden. Ey, du Hunden vorstell. Lisa. Hi. Margos. Ja. Mein Name ist Margos. Ich komme aus Elsen im Erzbrück. Ruhe Leidne. Ja. Ich mache eine Lehre als Maurer. Und auf jeden Fall, ja, macht CB Funk. F-Meter. Bergfunk. Ja, wir sind die Bergbauhälte. Ich und Jörg. Wie gesagt. Ja, und... Mein Alter ist 22. Mal lach nicht runter. Hast du eine Freunde? Nein, leider nicht. Ah. Ich muss in einem Beinertal mitarbeiten, ne? So, und... Ja. Ich arbeite mit einer Midland, allein 121. Ja, mein Skip. Genau, hast recht. Das ist der Ratte, ne? Einmalig. Schau ich mal. Der Hund da. Der Hund da. Der Hund da. Der Hund da. Als zweiter Spitznamen Hund. Können Sie mal ein bisschen Hochdeutsprache verstehen? Nichts. Nichts. Ja, wir sind ja keine Schildberger, ne? Ja, ihr könnt euch unterhalten. Genau. Was willst du noch wissen? Nein, das reicht schon. Hast du, gell? Ja, ich hab keine Kohle. Ja, ich hab keine Kohle. Oh, das ist bald wie in der Schule. Ich bin zum Beispiel Björk. Ah, eine Vorstellung. Ey. Ich kriege von niemandem was weg. Oh. Sein Sponschatz. Das haben die jetzt bei uns gemacht, wenn wir mal dazugekommen. Bitte Garfil. MAU! Als Riesa, das Arschloch. Nein, nein, nein. Wie alt bist du denn? Hä? Oh, Vorbeschleber, ne? Wo alt? Was glaubt ihr das meinst? 42. Wo sieht man's doch an der Klasse? Was? Kein Jahr ist gealter. 42. Mensch, ja. Nein, so alt ist es aber gar nicht. Ja. Ja. 75. 75. Woher kommst du denn als Riesa, ja? Nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Kennst du den, kennst du den Hunden? Kennst du den Hunden? Ja, ey. Kennst du den Hunden? Ich schaff das schon mal. Hunden? Ja, von meiner Oma. Die Riesaner. Ach so? Ja. Ja. Der ist Berni. Den hab ich schon hin gesoffen auf dem Liebschutzberg. Ja. Und Bern, das ist der, ja? Ja. Bernd. Ja. Ja. Hey. Die Nudel hier von Leibsch. Von Zickra. Von Zickra. Von Zickra. Von Zickra. Von Zickra. Vor allen kommen, er rasch mit zwei goldenen Potzen. Das machen so viele. Zu dir, auch wo wir hier, INTERP Schlappen! Schlappen! So, und das Gelümbel hier rutsch. Stimmt, ja. Warte auch richtig? Ruhe auf den billigen Plätzen, Leute! Heiko, hier stand weg, sind Sie den Akku.